FC Bayern suspendiert Mané, Sané spricht sich gegen sofortigen Rauswurf aus Die FC Bayern München hat Sadio Mané nach seinem Schlag gegen Leroy Sané suspendiert. Nach seiner Verletzung entwickelte sich der Senegalese zum Sorgenkind. München, bevor das Training des FC Bayern am Donnerstag startete, musste Sadio Mané nach seiner Prügelattacke auf Leroy Sané zum Rapport bei Trainer Thomas Tuchel und Sportverstand Hassan Salihamidzik. Danach ging es für die beiden Spieler auf den Platz, wo Tuchel das Gespräch mit dem senegalesischen Superstar suchte. Die entscheidende Frage, was geschieht mit Mané? Geldstrafe? Suspendierung? Rauswurf? FC Bayern München suspendiert Mané im Laufe des Nachmittags teilte der deutsche Rekordmeister als Strafmaß offiziell mit, dass Mané am kommenden Samstag nicht im Kader für das Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim stehen werde. Grund ist ein Fehlverhalten Mahnes nach dem Champions-League-Spiel des FC Bayern bei Manchester City. Zusätzlich wird Mané eine Geldstrafe erhalten. Eine harte Sanktion, nachdem Mané seinem Teamkollegen nach dem 0 zu 3 in Manchester ins Gesicht geschlagen hatte. Die zeigt, es reicht. Glück für Mané, der sich mittlerweile vor dem gesamten Team entschuldigt hat. Sané zeigte Größe und soll sich nach TZ-Informationen gleich gegen eine noch härtere Strafe ausgesprochen haben. Mané erlebt derzeit keine einfachen Tage, am Wochenende war seine Tante verstorben, zu der Mané ein sehr einiges Verhältnis hatte. Ein Grund für den Ausrester des 31-Jährigen, oder war doch nur Sané der Auslöser? Nach der Z-Informationen sollte der FB-Star zu Mané im Zwist auf Englisch Lass mich in Ruhe! gesagt haben. Bekannt, in England wurde bereits seit längerem gemunkelt, dass Liverpool ihn auch wegen seiner zwiespätigen Persönlichkeit ziehen ließ. Offenbar zu viel für Mané. Er kam als Sunnyboy im Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München und sollte die Lücke schließen, die Robert Lewandowski mit seinem Abgang im Angriff hinterlassen hatte. Genannter Statement-Transfer angekündigt bleibt Mané mittlerweile nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hinter den Erwartungen zurück. Das gelang ihm in den vergangenen acht Monaten nicht. Bei einem geschätzten Jahresgehalt von über 20 Millionen Euro ein exorbitant teures Missverständnis. Zumal innerhalb der Mannschaft schon seit längerer Zeit über das Preis-Leistungs-Verhältnis des Angreifers getuschelt wird. Ein unangefochtener Stammspieler war Afrikas Fußballer des Jahres in München noch nie. In 20 Spielen gelangen Mané lediglich sechs Treffer und fünf Torvorlagen. Daran hat freilich auch seine 105-tägige Ausfallzeit nach einer Operation am Wadenbeinköpfchen einen Anteil, weshalb Mané auch die Weltmeisterschaft in Katar verpasste. Seitdem wirkt er bei Einwechslungen häufig wie ein Fremdkörper im Bayern-Spiel. FC Bayern München, Mané wird zum Sorgenkind. Dabei ging der Klub einige Kompromisse ein, um den neuen Superstar glücklich zu machen. Unter anderem wurde Mané-Kumpel de Saille-Segbe für die Bayern-Amateure verpflichtet, obwohl der 29-Jährige aufgrund seines fortgeschrittenen Alters gar nicht ins Profil der Regionalliga-Mannschaft passte. Und, als Mané mit den Neuzugängen Rheingravenberg und Nuss Elmasau vorübergehend im Hotel vier Jahreszeiten wohnte, bekam er eine deutlich größere Bleibe, während sich die anderen beiden mit normalen Zimmern zufrieden geben mussten. Nun liegt es an Tuchel, Mané nach dessen Aussetzer wieder ins Team zu integrieren. Nach dessen Auftritt in Freiburg am vergangenen Wochenende lobte Tuchel seinen Spieler noch, was ihm wahrscheinlich am meisten helfen würde. Ist ein Tor, aber er hat große Schritte gemacht im Vergleich zu den letzten Wochen. Gegen Hoffenheim wird Mané dies verwehrt.